Hallo alle zusammen, heute zeige ich euch wie ihr ein weiteres Pet bekommen könnt. Es geht um das Vengeful Chicken Pet. Dafür müsst ihr nach Weltquest Manor gehen, wenn eine Weltquest dort ab ist und zwar die Weltquest namens Witchy Kitchen. Die Quest ist auf allen Schwierigkeitsgraden von dem Dungeon verfügbar, aber es sollte mit Level 70 keine Rolle mehr spielen. Praktisch ist es, wenn ihr in Raycrest Manor reingeht und die rechte Tür unten offen ist, weil das macht es euch am einfachsten in die Küche zu kommen, wie ihr hier seht. Ansonsten Dungeon auf Normalstellen, Instanzen Palmer Resetten, bis die Tür halt offen ist. Oder ihr geht halt anders, wenn ihr euch dort auskennt. Denn ihr müsst halt in die Küche und die findet sich direkt neben dem Schweineboss. Dort stehen halt ein paar NPCs. Und hier Vorsicht, ihr dürft sie nicht töten. Also ihr dürft den einen von den drei Köchen töten, weil die anderen beiden Köche braucht ihr. Der eine kostet Raw Chicken und ein Feuerspell und der andere kostet Gravy. Und das muss alles nacheinander passieren. Das Chicken liegt ein paar Sekunden auf dem Boden, dann muss er das anzünden und dann muss noch Gravy, also Soße drauf gesprüht werden. Und dann habt ihr das Chicken mit einem Questmarker und könnt die Quest annehmen. Die Quest ist nur einmal pro Charakter annehmbar. Und dann auch nur noch nach Schlingendental, also Booty Bay, um die Quest abzugeben. Und schon habt ihr das Wenschwold Chicken. Das Pet kann in einen Käfig gepackt werden, also könnte man sich auch das im Auktionshaus kaufen oder verkaufen. Viel Spaß beim Sammeln. Bis zum nächsten Mal. Wünscht euch eure Sammel-Elfe. Bis zum nächsten Mal.